Çatalhöyük Die Bewohner mussten sich aber auch mit typischen Problemen der Zivilisation herumschlagen, unter anderem mit der Entsorgung von Abfällen und Fäkalien. Doch insgesamt war die Gemeinschaft wohl stabil, denn Çatalhöyük blieb zwei Jahrtausende lang bewohnt. In den Häusern lebten die Menschen aber nicht nur, sie feierten dort auch rituelle Feste. Davon zeugen grosse Wandbilder mit farbigen Jagdszenen. Vermutlich sollten die Darstellungen an Initiationsrieten oder kultische Jagden erinnern. Zene Vielen Dank.